Axtkämpfer natürlich Halbe Stunde rum. Damn, das ging schnell Wir brauchen Bäcker Nummer zwei. Irgendwo. Hier wäre eine Möglichkeit. Die ersten Waffen kommen raus. Die ersten... Oh, die liegt voll. Auf geht's. Kaserne bauen. Generell mehr bauen. Ich habe jetzt hier einen Haufen Holz. Aber wohin? Kaserne bauen. Kaserne bauen. Auch hier gehört eigentlich ein Wanderwildsweller rein. Eigentlich. Scheiße. So, ihr hier. Okay, du kannst wieder runter. Und du. Hier unten vielleicht noch. Wie schaut's mit Fischern? Sind da? Ach komm, wir probieren's einfach. Ey, Franz. Es geht ab. Franz, der Erbauer. Franz, der Schreinergott. Mr. Schreiner. Komm, Ulf ist da. Wir bauen einen Aussichtsturm. Muss. Was muss, das muss. Was für eine Mission wird gespielt? Atlantis-Kampagne. Anlässlich des 10-jähriges Jubiläums von vor 10 Jahren. Ähm, Mission 1. Kennen die wenigsten von euch, nehme ich mal an. Habe ich noch Wohnhäuser im Bau? Ja. Da hätten wir auch nochmal Stein, der weg muss. Wie schaut's denn, ähm, mit Spitzhacken aus? Null. Kannst mal 5 in die Lotterie werfen. Können wir, wie viel Angeln haben wir noch? Eine, das bauen wir gerade hier. Ja, okay. Nur die können ich nie, zumindest nie, auf Anhieb. Nü. Dann sogar scheiß Bäume auf dem Berg. Ja, okay. Noch ein Holzfäller. Let's go. Und ein Lager für Holz am besten noch. Damit die auch ja weiter produzieren. Einfach keinen Platz. Ey, da wird gestreikt. Es geht ab. Also, wenn ich auf Anhieb appege, wenn ich nicht so viel, dann bis es noch keine Rolle gebe. Herr, da wird geklappt. Na, das ist gut. Ich bin wirklich, dass ich nicht so viel, sondern mich nicht so viel, wenn ich in der Seele war. Ich bin. Ich bin. Also, den, wenn ich nicht so viel, dass ich nicht so viel aufgehåb 선생님 bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Oh Gott, wir bilden ein Militäraussatz mit dem Streiken gleich erledigt. Was fehlt denn? Stein! Vielleicht sollte man eine Steinlinie bauen. So. Und wo kriege ich meine zweite Goldmine hin? Nirgends. Prima. Kann ich wieder abreißen, die Steinmine. Und eine Goldmine hinsetzen. Und eine andere Stelle. Da oben. Die ist eh besser dafür. So. Dann setzen wir auch noch eine Kohlemine. So. Weil da ist richtig viel Kohle an der Stelle. Okay. Ich bin gespannt, ob die hier performt oder nicht. Was ist das hier? Oha. Das sind ja lockerflockige Angriffsziele hier. Da könnte ich ja hier... Filmiert, ja. Ja, ein bisschen mehr wie ich. Hm. Produzierst du eigentlich noch? Nee, warum? Kein Eisen. Wer hätte das gedacht? Das bedeutet, wir haben... Boah, ein Jäger im Bau. Ja. Vielleicht bauen wir noch einen. Problem ist nur, wir haben jetzt halt keine Bögen mehr. Lager fertiggestellt. Holz rein. Caro guckt heute nicht zu. Caro hat morgen Geburtstag. Hat sie aber gesagt, dass sie nicht zugucken kann. Weil sie zu besoffen ist. So, jetzt machen wir mal hier wieder Stopp zugunsten der Jäger. Und machen wir mal kurz Fisch exklusiv auf Eisen. Und ich hab echt Bretter über, ne? Also, wenn ihr mal nix geht, kann ich hier. Okay. Also, ich weiß nicht, der ZD-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Und ich glaube, ich glaube, das ist ... Auch typisch Jäger fährt ich Tiere weg. So, Eisenminen, kriegt ihr Fisch? Nein? Doch. Mach was draus. Da kommt ein Eisen, okay, es ist ja jetzt auch nur eine Fischerhütte, das ist ja nicht so, dass ich jetzt voll viel Fisch hätte und du angelst immerhin schon mal los, auch wenn du keinen Fisch dabei hattest, naja, immerhin. Ach, Spitzhacke, Bogen, ja, ist gut, die werden angegriffen, was, na mit den werde ich noch fertig. Ich meine, wir werden bar stillen, fertig. Ich würde mal echt gucken, ob ich irgendwo einen großen Tempel hinkriege. Manna haben wir nicht. Das wäre ein Wunderzauber, so geil wäre das auch nicht. Hier, Werkzeugschmiede, du hast, jawohl, komm, mach was draus, bim, 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 bim. Und hier, Bögen, muss doch eigentlich schon der Jäger besetzt sein? Nee. 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 Also irgendwas tut sich, ja? Ei, 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 ei. Bim, 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 bim. Prima, das Holzlager ist voll. Scheiße, ich brauche Ultradringer. Meine Jäger. Ich habe schon den Fisch umgestellt. Ich kann nochmal kontrollieren, ob das auch übernommen hat. Ja, ja. Dann machen wir auch noch die Brote auf Eisen. Ey, alles. 50% Schwefel für Fleisch, okay. Ballert jetzt die Eisenminen voll, kommt schon. Oh Gott, ich bin so tot. Kurz mal mit der Produktion begonnen. Kannst du hier nicht Eisen vom Blauen holen? Das könnte mit Gold... Boah, das könnte klappen, ne? Also es ist nah genug, um es mal zu versuchen. Die Patrouille nicht da ist. Sie werden angegriffen? Nein, alles gut. Ey, wo bleiben die Brote? Laufen die in die Bäcker nicht? Wo ist der fünfte? Egal. Probiert mal. Oh. Oh-oh. Der holt erstmal die Kohle weg. Idiot. Idiot. Oh, ja. Genau. Vier Schwerten. Was ist der fünfte Dieb? Love Forest. Okay, ihr habt's geschafft. Wir werden natürlich verfolgt. Auf geht's nochmal. Was einmal funktioniert, kann auch zweimal funktionieren. Hier wird doch Werkzeug fertig. Okay, jetzt hat's nicht mehr funktioniert. Einer vielleicht. Einer vielleicht. Wir sind nochmal. Jäger ist besetzt. Okay, das ist gut. Dann gibt's ein bisschen Fleisch. Dann können wir wieder Fisch auf 90 oder auf Kohle und Stein. So. Weiter geht's. Jetzt kommst du nochmal damit durch. Du bist ja ein Kipseler. Was brauchen wir noch? Tieren. Dürft jetzt hier auch natürlich weiter produzieren. Ein bisschen halt. Spitzhacke. 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 Haben wir noch Spitzhacke im Bauch? Ja. Sie werden angegriffen. Lebt doch immer noch. Boah. Beste Idee. Wer hat das nochmal geschrieben? Da oidwenz. Cooler Nick. Achtung. Gefährlicher Schwertkämpfer ganz nah. beim Forest Run. Wir sollten nicht auf der Landesgrenze von ihm hier kämpfen. Das ist eine KI. Dopier. Tenden. In der Tajweiler. Der Giant. Spitzhacke. Warger. Spitzhacke, Spitzhacke. 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 Ich bin da ist einfach gewartet. Ey, fällt die Bäume weg. Das ist ja furchtbar. Die Böden. Die Böden. Das ist ja. Das ist ja, das ist ja. Wir werden die Böden sagt, dasselbezüchter. Wir brauchen die Böden. Jetzt象 ist es, dasselbezüchter nicht aus. Das ist ja, das lässt sich nicht aus. Hi Ante, 185. Big Base. Musst du mein Militär hier stehen lassen, ne? Aber er hat es wieder geschafft. Ey, der ist ja richtig krass drauf. Wenn wir Ressourcen über haben... Boah, man, ziehe ich sie rein. Und kein Platz, um es wegzubauen. Ein bisschen mehr Militärgebäude wäre nicht schlecht. Hier vielleicht noch ein Turm. Lebt mein Dieb noch? Diesmal hat er es nicht gepackt, ne? Aber ich habe gehört, du hast Cousins und nahe Verwandte. Irgendwo fehlt ein Hammer. Okay, kann immer hier sein. Dritter Bauernhof? Fragezeichen, Platz, Fragezeichen, ja, hier. Da könnte es gehen. Noch ein Fluss wäre auch nicht schlecht. Hexo-Legend, danke für dein Follow. Willkommen in der Zocker-Lounge, Prost. Wie heißt die Map? Das ist die erste Kampagnen-Mission der Atlantis-Kampagne. Das ist eine Kampagne, die wurde von Fans gemacht zum 10-jährigen Jubiläum. Also ziemlich genau vor 10 Jahren. Wohnhaus am Fluss reisen, ein, zwei Wasserwerke hinsetzen. Äh, das da. Da hat er vollkommen recht. Nein! Drauf! Und wieder kommt ein Dieb durch. Zwei sogar. Noch ein Hammer? Ich glaube, lieber Gold. Ja, ich brauche aber Eisen. Oder? Nee, eigentlich ist das gar nicht mehr so. Warum lauft ihr denn so umständlich? Bäh. Bäh. Vielleicht gucken, kann man hier auch noch irgendwie expandieren? Nee, hier. Ja. Weg da, weg da. Zeldimo, hi, grüß dich. Keine Bäume mehr? Ernsthaft? Du kriegst die nicht da runter? Du, wie darf ich das verstehen? Wenn wieder nicht klar ist, welcher Holzfäller gemeint ist. Grünkreft an. Wie wird er dann gespielt? Eine Stunde. Wie waren die Wetten? Trotz war es nicht fertig. Keine Siedlermauer, nichts, was mich schützt. Und er hat Zauber. GG, ne? Scheiße. Axtkämpfer. Natürlich. Boah, ey, hab ich Glück. Also, Glück in Anführungszeichen. Bin ja trotzdem tot. Lass doch mal die Bogenschützen da stehen. Fuck. Nochmal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017